Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Parkraft Explorers. Ihr seht es schon hier vor mir, es ist wieder eines dieser Videos. Wir haben wieder Bikerafting ausprobiert, diesmal auf der unteren Ammer, der Teil 2. Die obere Ammer sind wir ja gestern gefahren. Video gibt es auch auf dem Kanal. Und heute haben wir Bikerafting mal ausprobiert. Es war sowohl am Fluss als auch die Bikerafting Tour abenteuerlicher als wir gedacht haben. Es war eine Challenge. Ja, also Bikerafting, zumindest die Biketour hat mich schon an meine Grenzen gebraucht. Und runter ging es aber wie erwartend wieder mega gut mit dem Park. Da hatten wir ein paar andere Probleme, aber das werdet ihr im Video sehen. Also bleibt unbedingt dran bis zum Schluss, es wird hinten draußen noch abenteuerlich. Und wir wünschen euch richtig viel Spaß mit diesem Video. Film ab. Film ab. Richtig schön hier. Film ab. 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 Ja, auch ein Hallo von mir zu diesem schönen Video an der Ammer. Wir machen heute wieder die getrennte Anfahrt und für alle, die nicht mit dem Bike die untere Ammer befahren wollen, so wie ich, die können mit dem Bus fahren und ich stehe jetzt hier schon an der Bushaltestelle obere Au und ich fahre jetzt gleich bis zur Ammermühle hoch mit dem Bus, ganz bequem. Und dann hoffe ich, dass wir uns oben wieder vereinen. Tom und ich, er kommt mit dem Bike, ich mit dem Bus. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft heute. So, ich bin heute mit dem Mountainbike unterwegs. Ja, und die Laura fährt ja mit dem Bus, wie ihr ja schon wisst. So, und ich fahre jetzt gerade richtig, richtig schön die Ammer eben hoch. Das ist ja ein richtig schöner Radweg. Aber nichtsdestotrotz, es gibt zwei Herausforderungen für mich. Zum einen der Radweg, den ich mir ausgesucht habe. Ja, ich weiß nicht, ob das bei der zweiten Hälfte irgendwie so eine clevere Idee ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Art Trail- oder Wanderweg. Das heißt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich da mit dem Mountainbike überhaupt durchkomme. Also vielleicht muss ich da den Weg auch irgendwie abbrechen und irgendwie einen Umweg fahren, aber mal schauen. Ja, und die zweite Challenge ist, also zum einen die Strecke auf der Ammer bin ich selbst noch nie gefahren, die untere Ammer. Und jetzt nach dem Hochwasser könnte es natürlich sein, dass da richtig, richtig viele Bäume quer liegen. Ja, und wie das alles so mit dem Bikeraft zu fahren ist, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, denke ich wohl. Aber wir werden es schon sehen. Also, weiter geht's. Richtig schön hier. Da kann man echt nichts dazu sagen. Und vor allem beim Hochfahren, ganz wichtig, schon immer ein bisschen Ausschau halten nach umgestürzten Bäumen oder so. Ja, nicht, dass man dann bei der Fahrt runter überrascht wird. Boah. Also, landschaftlich mega, mega schön. Gibt's echt gar nichts dazu sagen. Boah. 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 Untertitelung. BR 2018 So, ich bin jetzt ja schon ungefähr bei der Hälfte. Ich bin jetzt ja hier beim Kalkofensteg. Und ja, also meine Mountainbike-Route, die geht jetzt hier den Berg hoch. Da hinter mir sieht man jetzt noch nicht ganz. Ja, da sind einige Stufen. Das heißt, ich muss die jetzt hochschieben. Und dann ist da oben der Weg, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich den mit dem Mountainbike fahren kann oder nicht. Also das wird jetzt eine spannende Herausforderung. Los geht's. Schauen wir mal, ob das was wird. Fuck it. 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 Untertitelung. BR 2018 Also das war jetzt schon mal gut anstrengend da hoch zu schieben und jetzt stehe ich genau an der Kreuzung, wo es eben heißt, oder beziehungsweise links den Weg würde ich gerne hinterfahren, aber da steht jetzt schon auf dem Schild, ja, festes Schuhweg ist erforderlich. Das heißt, ich teste das jetzt mal dahinter und zur Not muss ich halt wieder hierher zurückkommen, um da den Weg weiter hochzuschieben. Ja, aber die Challenge und die Herausforderung, die nehme ich mir jetzt mal an und ich fahre mal den Weg dahinter und schaue, wie weit ich komme. Also, los geht's. Also, los geht's. Also, nee, die Entscheidung ist gefallen. Den Weg, den ich mir da eigentlich eingebildet habe, was jetzt noch ungefähr so acht Kilometer entlang gehen wird, den fahre ich jetzt nicht entlang, weil das ist ein einziges Tragen und Schieben. Gut, dann kann man mal wieder hier so ein paar Meter hinterfahren, aber dann wieder tragen oder schieben, das heißt, man kommt da nicht wirklich in den Fahrmodus. Das heißt, ich trage jetzt noch ein Stückchen rauf und fahre außenrum einen bisschen längeren Weg, aber halt nicht so schönen Weg. Aber das geht trotzdem, glaube ich, schneller, wie es, wenn ich jetzt hier so entlang schiebe und trage. Leider. Schade. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da sind wir schon. Gucken wir hier gleich mal, ob die Kaya-Klammer-Ampel grün ist. Yes, das schaut gut aus. Gucken wir mal, ob die Kaya-Klammer-Ampel grün ist. Gucken wir mal, ob die Kaya-Klammer-Ampel grün ist. Gucken wir mal, ob die Kaya-Klammer-Ampel grün ist. So, und? Ist die Laura schon da? Ja, die Laura ist schon da. Ja, die Laura ist schon da. Oh, was für eine Tour nicht zu empfehlen. So anstrengend. Aber trotzdem hat es Spaß gerade. Also zum Bike-Raften eignet sich natürlich perfekt das Karibu. und hier bauen wir jetzt mal meinen Mountainbike-Rahmen drauf. Die Reifen habe ich schon abgebaut. Mit den Riemen kann man den Rahmen so richtig schön festmachen, dass da auch nichts hin und her wackelt. Hier, und dann ist es fertig drauf. So. So. Heat. Das ist doch echt immer kein Ultra-Light-Boot mehr. Die Puck-Raften sind gesattelt. Die Bike ist drauf geschnallt. Wir sind voll ausgerüstet. Und jetzt geht es los. Uns erwarten 16 Kilometer Wildwasser 1 bis 2 ungefähr. Man muss aufpassen, wahrscheinlich wird auch die Strecke ein bisschen stony. Aber ansonsten geht es jetzt los. Wir starten jetzt bei der Ammermühle und fahren bis ... ... zur Bömminger Brücke. Das ist bei Peißenberg. Es sind 16 Kilometer und auf die freuen wir uns jetzt richtig. Juhu. Los geht's. Oh, das ist einfach ungewohnt ohne Schenkelgurte, ohne Spritzdecke, ohne festen Halt. Oh Mann. Das ist eine komplett andere Nummer. Das ist ein bisschen schrecklich. Das ist ein bisschen schrecklich. Das ist ein bisschen schrecklich. Musik 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 Hier sammelt sich schon schönes Wasser im Boot Musik Und Gas Musik 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 Also das Gute ist, dass das Bike mal wieder richtig sauber wird heute. Richtig schon sauber bei der Tour. Richtig schon. Musik Ja, was hast du? Unfassbar schön, oder? Oh, schön! Oh, nein! Der Kuh, der Kuh! Musik 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 So, jetzt kommen wir hier an das Meer und wir sehen schon hier oben an dem Schild Musik 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 150 Meter auf der linken Seite. Wir gucken uns das jetzt aber mal an, weil wir wissen, dass es über eine Bootsrutsche tendenziell befahrbar ist. Aber wir müssen jetzt mal schauen wegen Bäumen und wie das ist und ob das für einen Tom generell eine gute Idee ist heute mit dem Bike. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal an. Ich sehe es schon in den Augen. Ich sehe es schon. Hier sehen wir schon das Schild. Das ist eigentlich gut erkennbar und die Ausstiegsstelle auch super leicht anfahrbar. Da hört man schon Rauschen. Da hinten die Abbruchkante, das ist eben dieses Schnalzwehr. Aber das ist gut ausgeschildert. Also man wird frühzeitig darauf vorgewarnt. Und jetzt steigen wir mal hier aus, eben bei der Treppe und schauen uns das Wehr erst einmal an. Ob es die Laura fährt oder ob es ich mit meinem Bike vorne drauf fährt. Aber ich glaube, ich fahre es eher nicht. Okay, also hier sieht man schon in der Mitte die Bootsrutsche. Ja, da kommt natürlich schon ein Booster unten drauf. Also wir haben uns das Ganze jetzt nochmal angeschaut. Hier das Schnalzwehr. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es beide umtragen werden. Weil einfach wirklich der Unterlauf. Also das ist schon ein ziemlich heftiges Loch und auch Walzenbildung. Und ich mit dem Bike vorne drauf wird es nicht fahren. Und auch die Laura wird es nicht fahren. Das ist so, wir hatten ja bei der oberen Abba auch dieses Wehr an, dass wir die Bootsrutsche fahren. Und das ist echt fun. Aber das hier ist, man braucht hier wirklich in diesem Loch, wo man auskommt, dann kommen zwei richtig rechte Bezüge. Es gibt schon Faser, glaube ich. Aber wenn es einen schmeißt, dann kann man schon, glaube ich, länger drin verbringen. Und ich weiß nicht, wie das unter Wasser ist. Und es sind auch immer so andere Umstände, wie das ist echt ein langes Stück. Das heißt, wenn du dann mal in der Waschmaschine bist, du verlierst komplett die Orientierung und kommst weder rechts noch links raus. Es ist für jemand anderen super schwer abzusichern, weil es hier alles steil ist. Das heißt, ein Wurfsack ist nichts zu machen. Und man hat rechts und links auch noch eine Mauer. Ja, also das hier ist so eine menschengemachte Sache, die da ist gefährlich, also die Gefahr ist höher als der Spaß. Also umtragen fertig weiter. Umtragen wir es lieber die paar Meter und dann geht es weiter. Yes. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Das ist übel. Das ist übel. Das ist natürlich eine ungünstige Stelle, um aufzulaufen. Leute, das ist gerade echt kein Spaß. Wir werden einfach belagert von 8000 Moskitos. Ich fühle mich wie hier in Schweden irgendwie zu den schlechtesten Zeiten. Also die Flieger sind hier wirklich richtig scheiße. Man wird hier echt von Bremen zusammengefressen. Ja. 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 DAY Mai. Wie geht's? Jetzt sind wir angekommen an der Böbinger Brücke. Ich bin fix und fertig. Ihr seht schon im Hintergrund, wir konnten nicht mal mehr am Fluss hier euch ein Fazit einsprechen. Wir haben nur noch geflüchtet, die letzten vier Kilometer oder sowas, ich glaube von einer Milliarde Moskitos. Und zwar nicht den kleinen Zzzzzz, sondern denen nicht mehr. Also die fetten Stechviecher, also ohne Witz, also das war richtig eine Plage. Du hattest die Viecher im Gesicht, auf den Händen, also du konntest schon gar nicht mehr richtig paddeln. Alles was frei war von Haut, war besetzt und wurde zerstochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wir jetzt noch so aus sind, ich glaube morgen erkennt man uns nicht mehr wieder, weil wir acht Milliarden Stiche im Gesicht haben. Das war so krass jetzt. Utopisch. Ich weiß nicht, warum das war, wegen Bruchwassersommer, ich habe keine Ahnung. Ich bin fix und alle, also das war jetzt irgendwie eigentlich der Tour nicht würdig, weil es war landschaftlich so schön, aber die letzten vier Kilometer kann ich leider zu der Tour nichts mehr sagen, weil ich habe nur noch schwarze Moskitos um mich umgezogen. Das heißt, für alle diejenigen, die die Tour nachpaddeln, nehmt euch ein Mückennetz oder so ein Mückenspray mit. Oder fahrt es einfach zu einer Jahreszeit, wo es die Viecher nicht gibt, weil das war jetzt echt zu heftig. Das war jetzt echt ein Erlebnis. Und für alle anderen? Anyway, es war echt eigentlich ansonsten eine schöne Tour unter der Ammer, es war echt so fast durchgehend, oben wird Wasser 2, unten wurde es dann ein bisschen gemütlicher, da kamen dann auch die ganzen Freunde dazu. Ansonsten, wie immer, ich versuche mich jetzt gerade zu sammeln, wenn ihr diese Tour nachpaddeln wollt, finden wir alle Informationen plus unser Mückenschutzcreme des Vertrauens bei uns auf dem Blog bei parkraftexplorers.de. Wir geben Gas, damit wir die ganze Ammer-Tour jetzt mal reinstellen können. Ihr könnt auch noch mal reinschauen in unser letztes Video, da sind wir die obere Ammer gefahren, das ist ein bisschen knackiger, Wildwasser 2 bis 3 war auch sehr schön. Ansonsten lasst uns bitte einen Daumen, wenn einen Mitleids-Daumen für die Moskitos oder weil ihr das Video trotzdem schön fandet. Da müssen wir gucken, was jetzt draus wird. Und ja, ansonsten wie immer, wir freuen uns, lieber einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, nicht vergessen, Glocke drücken und lasst uns einen lieben Kommentar durch. Da vor allem einen Tipp, wie man solche Plagegeister auf dem Wasser irgendwie eliminieren kann. Wir freuen uns über viele auf, wunderte Tipps zu Moskitos auf dem Wasser und ansonsten wünschen wir euch ein letztes Mal mit diesem Gesicht. Schöne Touren auf der Ammer und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao. Wer kann, der kann. Wir sehen uns beim nächsten Video.